Scheiße, wir die Pilze nicht irgendwie pflücken können und dann verticken können, aber die wachsen eher an jeder Ecke, also so viel Wert könnten die auch nicht sein. Aber vielleicht finden wir den heiligen Pilz. Der heilige Pilz, der uns so berauschen lässt, dass wir einfach komplett vom Stuhl fallen und blind werden und zappeln, Schaum vorm Mund kriegen. Wahrscheinlich träumen wir das alles, nur weil die alle Pilze nur ziehen. Wer weiß. Oh ja, ich darf platzend auf dem Oma-Stuhl. Oh, der hat aber schöne Blümchen drauf. Oh, ich darf noch nicht mal da platzend nehmen. Ich muss hier mit dem kleinen Hocker klarkommen. Mein Körper ist immer noch weg. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen dürfen? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Ich kann auch nicht sprechen. Was ist, wenn wir so in eine Anomalie kommen, während wir hier fahren? Wie ich? Lauf. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Verfluchte Station. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Aber immer noch. Fuck, nicht die Dosen berühren. Was für ein leerer Blick. Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Doch, mich. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps. Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst. Und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nusalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu lockern, wenn es zu viele sind. Aber immer noch. Krasse Sache. Den ganzen Tunnel... Oh oh. Oh shit. Ich dachte mir, dass sowas passiert. Egal, die kümmern sich drum. Dazu sage ich nur... Ups. Okay, Zeit, ein bisschen was zu erkunden. Zeit für neue Freundschaften. Irgendwann müssen wir doch mal Frieden mit den Viechern schließen. Ich schätze mal, das ist der Tunnel hier. Mehr oder weniger. Ah, Gedärme. Geht doch. Leckere Gedärme. Schön gekocht. Mjam, 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 mjam. Das scheint wohl... Ja. Ach, wo zum Teufel sollen die Viecher hergekommen sein? Hier ist alles dicht. Egal, jetzt müssen wir das Ding rennen wie Sau. Ah! War nur der Sprengsatz. Jetzt müssen wir in den Tunnel gehen. Na, 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 für mich. Scheiße, nimmt mal wieder kein Ende. Hey, hier! Die Renale machen da hinten Party ohne mich. Okay, was steht hier auf meinem netten Plan? Zerstören Sie... ...den linken Tunnel. Finden Sie einen Weg, um die Luftschleuse zu schließen. Got it. Oh, oh, Silhouetten. Silhouetten heißt, hier komme ich nicht durch. Und da kann ich auch kein Liedchen trellern. Okay, das dürfte, wenn wir hier so lang gehen, der linke Tunnel sein. Ich weiß nicht, ob ich noch mal zurückgehen soll. Vorsicht vor den Silhouetten. Wow! Wow! Mist, Viech! Einfach hier so war machen, ist nicht so toll. Vielleicht wollte ich das Vieh auf Freundschaft schließen. Und ich habe es einfach abgeknallt, weil ich mich erschreckt habe aus Versehen. Sorry. Wow! Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen! Komm schon! Schnell hier hoch! Und hier rein! Druckwelle! Was rein! Wunderbar geschafft! Und zurück! Hoffentlich haben die es überlebt. Na, ich denke ja. Lauf mal mit euch, ich zeige mir ja die Richtung. Irgendwas sagt mir, das war es noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen mehr sprengen. Finden sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen. Okay, hinten ist schon mal nix. Den Tunnel haben wir gesprengt. Also wirklich alles dicht ist hier immer noch nicht, wenn die Viecher kommen. Schauen wir mal an, was ich da hinten fabriziert habe. Und wo zum Teufel soll die Luftschleuse sein? Das Geräusch. Das sieht so nach Half-Life an. Okay. Hier ist alles dicht. Das ist vom Feinsten gesprengt worden. Definitiv. Okay, Luftschleuse. Aber hier komme ich nicht durch. Was passiert überhaupt, wenn ich das berühre? Ich kriege Schaden. Super. Was macht... So, du Luftschleuse. Wo bist du? Hier ist nichts. Hier kann ich auch nichts platzieren. Den ganzen Tunnel bin ich hier schon lang gelaufen. Kann ich eigentlich die Maske abnehmen? Ja. Sind jetzt schließlich im Tunnel. Okay. Okay. Nix, nix, nix. Luftschleuse muss irgendwo hier sein. Sollen die Viecher kommen? Hier ist ein Kind? Boah. Mission. Nicht gerade wenig. Boah, sind viele. Viele, die draufgegangen sind. Okay, der Kompass zeigt mir schon die Richtung an. Hoffe ich mal. Zeigt nur noch Norden. Okay, da scheint eine Treppe zu sein. Da waren wir noch nicht. Ah ja, lass mich mal in Ruhe. Ich habe schon das Gas gesehen. Nicht so gesund. Oh shit. Das ist total vorgerendert aus da unten. Ich springe besser mal nicht runter. Ah, hier haben wir es doch. Ba-bam. Weg, 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 weg. Zack. Sowas von dicht. What the hell? Nicht, dass die Zentakel sich selbstständig machen und unanständige Sachen mit mir machen. Wie da einfach so eine Wand plötzlich vor ist. Okay, what now? Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Okay. Aber besser nicht den Mund dabei bewegen, wenn du sprichst. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizei-Staaten. Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nachher... Nö, ich gehe hier lang. Ah, selber weg. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. André der Waffenschmied. Gar nicht. Merke ich mir. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Ja, ja, alle Bilder sehen hier gleich aus, die zum Beispiel. Ah, der hat zwei Bilder. Ich verstehe schon. Der ist mehr heilig als die anderen. Wahnsinnig coole Atmosphäre. Muss man alles noch ein bisschen aufsaugen. Aber immer doch. Denk dran. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ja, bis zum unserem nächsten Treffen. Waffenkammer. Hoffentlich schicken wir neue Sachen. In der Waffenkammer-Station wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Boah, so viele Spinnenfäden. Ich will nicht wissen, was für riesige Viecher hier rumkrabbeln müssen. Okay. So weit, so gut. Einfach durchgehen. Wow, 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 wow. Ziemlich spitz, das Ding. Das heißt wahrscheinlich, Stopp. Nicht bewegen. Gib uns Flasche Wodka und alles wird gut. Geht doch. Endlich mal keine Arschlöcher. Gut gesichertes Tor gefällt mir. Gut gepanzert, der Typ. Wow. Hm? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswarn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Okay, ich versuche mal keinen zu töten zur Abwechslung. Achtung, Achtung, Achtung. In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Das ist eine Inspektion. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Aber nicht doch. Der Feind schläft nie. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Oh, sowas ziehen die ja auch ab. Lass den Klatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi läuft jetzt so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Frick. Dem gefällt, dass er den Finger in den Arsch spricht. Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf. Ach, das war schon besser. Aber meine Großmutter würde sie trotzdem schaffen. Gott, so krank. Schauen wir mal, wie seine Witze in der Lubyanka klingen. Klopf, klopf, klopf. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Nö, ich will wissen. Ich will eine ganze Geschichte wissen. Ich will essen, ich will trinken. Ich will alles von dir. Ist geschlossen. Bist du blind? Meine Güte, warum ist denn alles geschlossen? Ich breche gleich hier ein, wenn ich nichts bekomme. Was stehst du hier rum? Was stehst du hier rum? Ich hab Hunger. Wir laufen den ganzen Tag in der Gasmaske rum. Und kriegen immer was zu essen. Schwere Zeiten. Ruhe. Ruhe. Ruhe.